Hallo, begrüße euch zum nächsten Trailerchen. Ich habe mich für dieses Bild entschieden. Ja, es gibt aber noch ganz viele andere Themen. Könnt ihr dann wieder schauen bei VK, Bitshoot, Odyssee und bei Rumble, die sich die Programmvorschau bei WAKE NEWS TV aufrufen. Entsprechend den Link kopieren, ab in die Browserzeile. Und dann vielleicht bis gleich. Tschüss.